Hallo und so und so ist es dabei, bis wir spielen, wieder eine Runde Supercraft und ich wurde nochmal in den Kommentaren berichtet, man darf nicht offline spielen, aber gut, dann machen wir das halt nicht und jetzt brauche ich erstmal was zu essen, ja, wir hatten ja Lars, 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 Lars mal die vier zusammen, verstehe ich nicht, meins, ah, danke, weiß nicht warum, aber ich habe es bestimmt verdient, hier war der Entzelt, lol, gut, dann, ja, ich hätte vielleicht einen Hopper letztes mal bauen sollen, aber, habe ich nicht gemacht, deshalb jetzt leider ohne, ähm, großartige Eier, äh, ein Ei, yeah, perfekt, perfekt, äh, ich habe nichts zu essen, scheiße, nicht, nicht durchdacht, letztes Mal, dann müssen wir jetzt ganz schnell rein bauen, sonst sind wir, äh, sonst sind wir ziemlich schnell tot, auf jeden Fall, so, eine Kiste noch, zack, zack, da sollten die Eier dann, die wird eh super schnell voll sein, so, man muss hier ein Slap hin, gut, dass ich mir Slaps mitnehme, auf jeden Fall, ich bin richtig, ich plane jeden Schritt einfach schon 10 Schritte im Voraus, nur damit ich, oh, das geht sogar, gut, boah, zu lange kein Minecraft mehr gespielt, nur damit ich alles perfekt immer beisammen habe, how to be an Organized, Mensch, krass, okay, das steht auf dem Stein, das heißt, ich muss hier abbauen, was ein bisschen arg scheiße ist, ne, ich kann das da, wobei, ja, keine Ahnung, hm, ich glaube, ich muss wirklich hier, ah, ja, great, also komme ich wenigstens sehr, 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 sehr einfach an meine Hühnchen wieder ran, ich habe es rausgenommen, na, ich bin ein Stück Scheiße, Alter, das war jetzt echt richtig unsmart, nein, oh, nee, bitte, du gehst hier auf keinen Fall wieder raus, das ist klar, komm, this way, es bewegt sich, ah, doch, es bewegt sich, nein, 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 da war gut, da war, da war gut, habe ich gesagt, geh da bitte wieder hin, Mann, Hühnchen, danke, danke, ja, noch ein Stück, muss ich noch eins zubauen, ich mache es lieber mal, okay, dann haben wir das Hühnchen auch, ähm, kann ich da so von meinem Haus rankommen, das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn ich hier einfach so einen kleinen Weg hin machen kann, äh, ja, da können halt die Babychickens raus, und das ist nicht so geil, ähm, ähm, wir machen dann irgendwie einen Dispenser, den werde ich dann da oben hin bauen, so, und dann kann ich hier noch an die Chickens sozusagen rankommen, also ich werde den Dispenser hier oben hin bauen, und dann irgendwie da einen Schalter dran machen, dann kann ich die Eier, die hier rauskommen, äh, da oben in den Dispenser legen, und dann direkt leider verarbeiten, keine Ahnung, gut, dann bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz, dann ein paar Sticks, und dann eine Spitzsacke, und heute müssen wir leider ein bisschen farmen, hm, aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir gerade zu lowlife sind, hm, Frage, will ich wieder eine Treppe machen, oder will ich, ich mache eine Leiter, äh, vielleicht sollte ich mir noch ein paar mehr Sticks vorhaben, äh, farmen, alles basiert auf Farmen, ich habe keine Wolle, ich mache mir lieber eine Eisen, Eisen, ne, sagt alles, wenn man Eisen sagt, dann, dann, dann sagt man eigentlich schon die ganze Welt aus, dann kann man auch schon das, äh, das, äh, achte Weltwunder vorhersagen, und so, kann man alles machen, wenn man Eisen sagt, ist einfach alles erklärend, so, ist da noch eins, nö, so, brauchen wir, brauchen nicht, ein bisschen viel Holz für die Leitern, aber hier stehen ja ein paar Bäumchen, und, ja, vielleicht hätte ich auch mal nachpflanzen sollen, aber eigentlich wollte ich den halt komplett kahl erstmal machen, den Berg, damit ich dann später da ein bisschen vernünftig da, oh, ich habe einen Apfel gefunden, krass, richtiger Skiller, Alter, ah, okay, ich kann mir das sparen, aber das muss ich ein bisschen verschönern, denke ich mal, wobei, ich könnte uns auch wieder zubauen, weil das ist eigentlich voll der Kack gegangen, wir gucken mal, wie tief der geht, wenn er bis zu die Erhöhe geht, dann benutze ich den erstmal, weil dann ist der Hardcore praktisch für uns, er scheint ziemlich, ja, der scheint auf die Erhöhe zu gehen, 50, 40, Fragezeichen 8, World Saved, okay, ah, hier ist eine Schlucht, ja, das nehme ich auch, mir wurde wahrscheinlich zwar schon alles leer geplündert, bin ich ausgelöst, oh, hier ist Kohle, ich habe kein Schwert dabei, Genius, Real Genius, so, geh weg, ha, also wenn das kein Outplay war, dann heißt mein Kanal ab heute, krass, nee, egal, boah, ich bin schrecklich und kreativ, wenn ich zwei Sachen gleich, ah, na gut, ah, I forgot about the effect, boah, easy, Alter, richtiger Monster Hunter, nee, dann holen wir die erste Kohle und, ja, Nick, na, okay, schon, ähm, ja, wir brauchen ein bisschen Kohle, Kohle brauchen wir immer, dieser Bug existiert immer noch, anscheinend, warum ist Auto-Jungle überhaupt wieder an, habe ich doch letztes Mal schon ausgemacht, gut, dann können wir direkt ein paar Fackeln craften, ist das nicht geil, 8 Fackeln, unfassbar viel, kann ich einen Shader anmachen, damit ich eine Fackel zum Hacken benutzen kann, ja, kann ich, flüssige 70 FPS, oh, fuck, okay, die Hölle ist auf jeden Fall ein bisschen größer, können wir ein bisschen abfahren, auf jeden Fall, äh, wir gehen einfach mal da runter, wo Wasser ist, sind auch Dias, ganz bestimmt, äh, setzen hier doch mal eine Fackel hin, denn ich denke mal, wir werden hier ein bisschen länger rumgaben, wir müssen sogar, äh, nicht in die Lava, hm, haben wir auch mit, müssen wir eine Fackel an die Wand setzen, ja, vielleicht brauche ich noch einen Past, aber ich habe ja ein bisschen Holz dabei jetzt gerade noch, das ist noch Eisen, boah, das ist eine große Ader gewesen, okay, gut, äh, ja, voll die langweilige Folge an sich, hier ein bisschen Explosion, damit ich auch die richtige Stimmung hier mal reinkomme, ich meine, das kann ja nicht die ganze Zeit so langweilig bleiben, ja, oh, hier ist Gold, geilo, und hier ist ne Tulpe, ist die nicht schön, die hier, meins, äh, ja, richtig schön, gell, oh, alter, der, da, da, also, da geh ich, glaub ich, doch noch mal ein Stück höher, ne, alter, richtig krass, richtig krasser Witz, hoho, ich kann nicht, ey, diese, diese, wieso setzt sich Zoom denn jedes Mal zurück, wenn ich raus aus Minecraft gehe, das kann doch gar nicht sein, bitte STG, danke, boah, noch mehr Eisen, noch mehr Kohle, noch mehr Höhle, noch mehr Fackeln, alter, richtig geil, hört ihr das? Was zum fuck ist das? Richtig gruseliges Geräusch, boah, ich weiß noch, als ich so das erste Mal Minecraft gespielt hab, da, ja, halt Survival-Mode, äh, Welt generiert und Spaß gehabt, und irgendwann musste man natürlich dann immer Farmen gehen, ne, das kennt bestimmt jeder, Farmen gegangen und easy Ressourcen eingesackt, denkt man sich so, aber, was passiert, ihr kennt bestimmt, also zumindest damals noch, 1,6,4 hab ich, glaub ich, das, oder 1,5,2 vielleicht sogar schon, hab ich angefangen Minecraft zu spielen, und, äh, ja, da gab's so ein paar Höhlen-Sounds, und als ich dann das erste Mal so mine gegangen bin, hab ich direkt so ne, einen Cave-Halt gefunden, ähm, hab mich mega gefreut eigentlich, und auf einmal kommt dieses, Sound von dieser, dieser, Sound von dieser Höhle, und, ja, ich erschreck mich mega, renn erst mal wieder aus dieser scheiß Höhle raus, und denk nur, what the fuck war das, ja, und so spielt ihr pussy-mäßig Minecraft durch, ich hab Minecraft auf dieser, deshalb eigentlich nie durchgespielt sogar, ich glaub, das erste Mal, als ich wirklich Minecraft durchgespielt hatte, also Ender Dragon und Wither, war dann in verschiedenen Craft-Attack-Projekten, die noch nicht auf YouTube stattgefunden haben, die waren dann mit Deeptus, und Xenov, wenn ich das niemals vorgestellt hab, Grüße an dich, was brummt denn hier so hässlich, oh, bist du das? Ne, hätte er sein können, hier ist nichts drin, das ist aber sehr mager, und ich glaub, ich glaub, ich nehm doch lieber nen anderen Shader, weil der ist mir ein bisschen zu kacke, das ist besser, der macht viel mehr Licht, und läuft grad so mit 60 FPS, also sieht schon viel besser aus mit Shader alles, hm, hallo Creeper, oh, da kann ich den in die Backhand tun, oh, Hacks detected, Alter, das ist genial, could you please power that up, nice, mehr Eisen, mehr Spaß, mit mehr Eisen, ja, den Song gibt's jetzt auf iTunes, 3,99 Euro, bitte kauf das, bitte, hä, was ist das, ist das Fakt, einfach um mich ab, hä, ist das mein PC, der war noch nie so laut, unfair, Reklamation, Betrug, ich glaub, das ist der echt, könnte daran liegen, dass es schon wieder 30 Grad in meinem Zimmer sind, scheiß, unterm Dachmensch, ich wär lieber ein Kellerkind, scheiße, warum konnte ich nicht als Kellerkind geboren werden, Kellerkind haben's viel besser im Sommer, nur im Winter halt nicht, wobei, Keller ohne Heizung ist wie ein Haus ohne Dach, ohne Lösung, wie ein Haus ohne Dach, ohne Isolierung, ja, wo wohne ich in einem Haus mit Dach, aber ohne Isolierung, ja, Gigi, wie bei mir sind's 50 Grad und ein bisschen davon kommt halt zu mir runter, ne, ich hab keine Gesprächsthemen mehr, deshalb erzähl ich euch jetzt langweilige Scheiße aus meinem Leben, viel Spaß damit noch, ne, ist halt echt kein Entertainment, scheiß Kohle abzubauen, wir haben jetzt 15 Minuten Kohle abgebaut, gefühlt, das waren jetzt eigentlich nur die letzten 30 Sekunden, hm, hm, ich glaub, ich sollte mal wieder was anderes spielen als Minecraft, dann gehen wir mal da runter, hier ist nix, ah, ich hätt schon gern auch Dias gefunden, bin ich schon auf U11, ja, dann hat das nicht zu viel, sollen wir mal na gucken, am Verhornon Hardcore, scheiß, hahaha, gestorben, oh, ich halt mein Maul, let's do, lol, erstmal, genau das passiert mir auch sauhäufig, erhältnismäßig, grad im PvP wieder, ich droppe einfach mein ganzes Inventar den Gegner vor die Füße, ein bisschen Dias vielleicht noch, ein bisschen Kleingeld auch noch, ein bisschen Kleingeld, hm, kein Kleingeld, noch mehr Reds, wer braucht denn Reds dann, warum, ja, Level sind schon geil eigentlich, aber, äh, das ist nicht so geil, und ich hab die Workbench nicht mehr mitgenommen, dann nehmen wir wieder das, und das, nein, die Fackeln sollten schon noch in der Backhand sein, sonst kann ich nix sehen, das ist doof, wenn man nix sieht, ein bisschen weiter bauen wieder, ich weiß gar nicht, ob es ein Zeitlimit pro Folge gibt, ist mir aber auch egal, ne, morgen die Folge wird halt, äh, drei Jahre lang, ne, drei Lichtjahre, äh, ja, drei Lichtjahre, ja, call me, fucking genius, ach, komm schon, hier muss doch irgendwas sein, komm schon, nein, die Maschmus hätte ich vielleicht, oh, meine Nase, jetzt nicht miesen, nicht, so gut, man, lol, meine Fackel ist ernsthaft tot, nein, Mr. Fackel, oh, okay, also ich denk mal, das hier konnten wir in der nächsten Folge, da sind wir bei 16 Minuten, sind wir schon wieder, ich mach noch ein Screenshot für das Vampnel, und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, tschüss! Musik Musik Musik